Melitta ist vor über 111 Jahren entstanden, aus einer eigentlich ganz einfachen Idee heraus, die damals aber die Art Kaffee zuzubereiten revolutioniert und die Menschen begeistert hat. Aus einer Konservenbüchse und dem Löschpapier ihres Sohnes hat Melitta Benz damals den ersten Kaffeefilter und Halter entwickelt. Heute wird der Kaffeemarkt von ganz anderen und hohen Erwartungen geprägt an Qualität, Individualität und Convenience. Unseren Kaffeevollautomaten wurde bereits mehrfach von unabhängigen Testinstituten ein hervorragendes Kaffeeergebnis bestätigt. Nichtsdestotrotz arbeiten wir täglich mit Begeisterung an unserer Mission. Wie können wir für unsere Kunden das Bestmögliche aus der Bohne herausholen, die größtmögliche Aromenvielfalt bieten und damit ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Unsere Barista Smart bietet sehr viel für hohe Ansprüche. Besten Espresso, zahlreiche Kaffeespezialitäten und viele Individualisierungsmöglichkeiten, also viele Optionen zum Experimentieren und selbst kreativ werden. Und gerade deshalb möchten wir von Melitta, dass unsere Vollautomaten möglichst zugänglich gestaltet sind, modern und einfach in der Bedienung, damit unsere Kunden bereits bei der Zubereitung Lust auf ihre Tasse Kaffee bekommen. Und da kommt ihr ins Spiel. Entwickelt mit uns Ideen, Konzepte und Use Cases, wie sich das Melitta-Versprechen der einfachste Weg zu deiner persönlich perfekten Tasse Kaffee in ein emotionales und smartes Nutzererlebnis für die Barista überführen lässt. Wenn du die neuesten Trends und Technologien in Sachen User Interface, User Experience und smarten Produkten kennst und zudem noch ein gutes Verständnis für kundenzentrierte Konzepte hast, dann bewirb dich für die Melitta-Challenge.